das war die jetzt aufnahme battlefield 4 leider 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 ich wollte nicht gekickt weil ich nächstlicher hacker bin er hat sich aufgehängt wir lernen das sollte es nicht so viele gerüchte er verbreiten warte mal in mei also mein stets steht dass ich mit sich eine ein kill 1,4 3 kids pro minuten ein messer gemacht habe und damit gar kein kill gemacht ich glaube das ist eine ganz gute überhaltung zum Fazit weil es ist verbuggt weil ich bin teilweise auf jeden fall sogar im defibrillator habe ich was geschafft und ich weiß nicht wie ich das hingekriegt das merkt man auch jetzt sehr ach ne das zeigt mir nur an wie viel ich was ich noch brauche um das freizuschalten naja mit der sind im messer das stimmt schon ja teilweise nervig aber trotzdem ist das spiel richtig richtig ja ich weiß nicht bei mir spielt ich irgendwie nicht schwammig oder so irgendwie für schwer sowie wie diese klebrige fette Masse die das ist ich stelle das gerade vor wer hat mich glaubt nicht der mit sich vor allem das ist es zu werden so ich will vier 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 fünf fünf sternen gehen aber das ja eh noch eine Beta ist kann man eh noch keine vorliegen Fazit ziehen ich kann ihm selbst vor Ort ich will vier ein halbsterne geben weil es ist sind da hat Jann wieder einmal recht nur wieviel Zeit ist es eine Beta und das ist echt die Stadt von das auch noch anders was das ist und dann ist wahrscheinlich man spielen wenn wir es so in den Nahs-Kund-Zernschiff ja wir haben jetzt eh noch gerade relativ viele Projekte muss man ja ganz ehrlich sagen selbst wenn er es jetzt wahrscheinlich teilweise ganz so mitbekommen ja also wir sind ja auch gerade dabei wieder die wie ließ und wurde zu er er und wo ist sein Format aber auf Tour zu bringen so kann man zu sagen das hat ja schon fast was von Alarm mehr es war eine wir können ja hier ja ihr könnt ja dann einfach unsere Metal 4 3 Serie erstmal verfolgen und sonst stopp müssen wir jetzt einfach mal gespannt sein ja okay eigentlich ich glaub wenn das hier rauskommt ist denn schon die Halloween Week gewesen also unser Halloween Special ne 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 ja okay wir können es auch trotzdem schon mal ankündigen so ein bisschen stimmt nun ja jedenfalls wir machen nämlich ich sag's kurz noch okay darf ich nein dann nicht dann mach's kaum hau rein okay also wir machen nämlich rund um Halloween so ein kleines Special was genau werdet ihr noch sehen da werden wir noch ein kurzes Video vielleicht dazu machen ja ja und das war es auch schon damit vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Abonnieren fürs Kommentieren fürs einfach nur geil sein ja das ist ein Samuelswort und Fragen immer herzlich willkommen weil auch kommentare wie hm ja und da hat das Recht was das Ei übersehen dann ich weiß immer noch nicht auch Samuels in der Hose ach 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 ich habe auch noch zwei ich weiß nicht also wer hat die Spiele nicht mit Facecam daran kann es nicht liegen im auch vielleicht war es auch eine eigene Abbauswahl das ist irgendwie zu Ende bringen wir sind sehr philosophisch gerade drauf also ist nicht philosophisch das ist einfach nur gar nicht ja also bis ja natürlich bis zum nächsten Video tschüss 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 tschüss